Moin oder Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender. Mit dabei ist DocLenny und Melonioshi. Moin. Ich hab endlich meine Schleiminsel gebaut. Die ist zwar noch nicht ganz fertig, oben kommt noch das Haus drauf, aber so sieht die aus. Da, okay, dann muss das Holz weg. Aber so sieht die erstmal aus. Das ist so meine Schleiminsel erstmal. Und ja, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr sie findet. Oder Verbesserungsvorschläge reinschreiben. Auf alle Fälle haben wir dann noch hier diese wunderschöne Brücke gebaut. Und eben noch einen Fahrstuhl, damit wir hoch können. Das ist auch ganz nice. Wir haben hier einen Fahrstuhl gebaut. Dazu. Und auf Geschoss 2. Ich will schnell noch was sagen. Bitte haltet euch jetzt mal vor meinen Generator kurz fern, dass er sich maximal aufladen kann. Und ich würde sagen, wir gehen auch nach langen Zeit mal wieder ins Dorf. Mal gucken, was da so abgeht. Jetzt mal fahrst du runter. Ich muss den Jetpack mal wieder aufladen. So, gehen wir mal in die Stadt. Ihr seht auch, wir sind richtig, richtig schnell jetzt mit den Schleimboots. Riecht gut. Und, lol. Hier ist jemand. Klaus! Servus! Klaus! Oh mein Gott, er kann reden. Klaus scheint sehr, sehr verwirrt zu sein. Jörg, wer ist da vom Himmel gefallen? Ich. Achtung. Okay, warte mal. Du hast dein Jetpack wie voll? Äh, ganz leer. Also, es passt gar nicht mehr zu fliegen. Warte, ich kann ihn nicht leer machen. Nimm mal das hier. Okay, dann mach mal der einfach. Ja, ja, jetzt ist er leer. Jetzt ist er leer. Okay. Dann nimm mal dies hier. Okay, was ist denn? Das müsstest du anstatt des Jetpacks zur Brustplatte machen und dann halt mal deine Brust, äh, dein Jetpack. Okay. Ladet sich dein Jetpack auf? Nö. Nicht? Nicht so links klick oder so? Ach, ne, warte mal, ich muss das Badpack in der Hand haben oder was? Weiß ich nicht. Ich dachte, somit kann man unterwegs vielleicht das aufladen, weil hier steht Körper und es kann Energie haben. Aber Jetpack kannst du nicht aufladen, oder? Nee. Nicht so. Okay, dann gibts mal wieder her. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge und ciao.